Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League Ranked. Wir haben es endlich wieder mal geschafft, eine richtige Aufnahmesession zu haben. Ohne Stream, ohne irgendwas, einfach nur live aus der Aufnahmebox. Und ich muss sagen, man merkt es schon ein bisschen, dass wir ein bisschen konzentrierter sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, lasst ein Däumchen nach oben da und vor allem Feedback würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn du Rocket League Autos, Items oder Blueprints kaufen oder verkaufen willst, schau bei A-Ware vorbei. Klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode AnyArt fahrst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Und wenn du Vollpreisspiele, Guthabenkarten oder dir neue Hardware kaufen möchtest, schau bei G2A vorbei. Der zweite Link in der Videobeschreibung. Es ist bestimmt was für dich dabei und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit Leute, willkommen zurück. Neue Aufnahmesession hier, erste Stunde für Neko und für mich. Ja, ganz frisch hier seit ein paar Tagen zum ersten Mal wieder dabei, hier Rocket League aufzunehmen und generell zu spielen. Auch Hallöchen Neko. Hallöchen, na? Aber geht bei dir? Alles gut bei dir? Okay. Wenn du auch alles super, wenn der Ball drin ist, noch mehr als mich glücklich. Das ist nur 10 von 10 von 10. So nur eine 8 von 10. Okay. Ja, willkommen zurück, Leutchen. Endlich wieder eine Aufnahmesession hier. Und aktuell sind wir beide, also ich bin Champion 1 Liga 2. Neko ist, glaube ich, noch einen Ticken höher. Aber... Oh, der Kopf nochmal. Oh, hübsches Ding. Ja, war der hübsch. Dankeschön. Wie mein Gesicht. Absolut hübsch. Ja. So übertreiben wollen wir jetzt nicht. Ich wollte ihn da eigentlich nochmal vorlegen, irgendwie so. Ja, so. Es war eigentlich eher eine Vorlage, wenn wir zumindest nochmal so ein bisschen was Richtung Türchen. Ah, ich hab keinen Boost. Alles drüber, alles weg. Schöner Bam. Bin Mitte. Ja, ich hab keinen Boost, jetzt hab Boost. Ich geh jetzt von allen zweiten Kosten Mitte. Oh, der ist drin. Ja. Wow. Ich hasse es halt offensiv zu stehen. So, ich bin... Deswegen, Leute, steh ich wirklich lieber einfach hinten und warte gar nicht vorne, sondern steh einfach hinten im Zorrum, weil ich sowas halt hasse. Und, äh, das ist mir halt lieber, als, als wenn ich irgendwie dann, weiß ich nicht. Ich mag es nicht, offensiv zu stehen. Will ich echt keinen Freund von. Aufpassen. Hast du aber. Alles gut. Ja, geht nicht. Ah, du kannst dann immer nach vorne spielen. So ist aber alles okay. Hab ich. Alter, nochmal. Hast du nochmal? Geh hin, da hast du nochmal. Ja, ja. Alles gut. Ja. Okay. Das müssen wir erstmal drehen. Jo, okay. 1, 2, 1. Komm an. Ach, schade. Schade. Ich geh drauf, du bist ins Tor. Jo. Ah, komm ich nicht dran. Ich war zu hoch. Bei den komm ich dran. Jo, nice. Bin hinten im Türli. Bisschen Boost-Control über dich. Also... Ja, ich bin halt lieber der, der Defensiv steht. Hab das Problem. Also ihr schreibt in die Kommentare meistens. Hab ich nochmal. Wenn ich das Gefühl habe, ich stehe offensiv, dann bekomme ich ganz oft Kommentare von wegen Dom, du Ball-Chased zu viel. Ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen lernen, wie man offensiv steht und wie man dann dabei nicht auch noch Ball-Chased oder so. Keine Ahnung. Und da... Oh. Schönes Ding. Ja, wuss. War knapp. Ah, scheiße. Hab ich aber nochmal... Oh Gott. Bitte ab den Ball einfach. Aber was denn... Oh Gott. Er war doch perfekt. Ja. Sagt er. Oh Gott, Alter. Aber wie ich den berührt habe. Irgendwie... Weiß ich nicht. Ich hab auch nur noch ganz knapp berührt. Mit dem Außenspiegel oder so irgendwie. Keine Ahnung, wie genau, aber zwei sehr schöne Tore heute hier an der Stelle. Muss man auch mal zugeben, auch wenn sie immer von mir sind die Tore. Oh, ferdig. Naja, ich gehe an den zweiten. Okay. Das ist schon optimistisch. Ja, komme ich nicht dran. Ich weiß, was du von mir. Aber dachte, ich kann ihn vielleicht einfach im, äh, Dingens, im, äh... Ich muss mir jetzt gerne mitnehmen oder so den Ball. Aber blöd. Egal, 2-2. Ja, aber trotzdem ist es knappikowski, du. Es ist halt immer schwierig. Uff. Ah, hast du nochmal? Ja. Ich bin links. Ah, sorry. Hab ich nochmal? War auch. Ich bin Mitte. Ja, kommt. Schade, ich mach den. Ja, egal, ich hab ihn weggeschubst, deswegen. Alles gut. Ah. Ich bin Mitte. Jetzt, das wollte ich eben auch schon so machen. Ich wusste nicht, wo der andere Typ war. Ob er da war. Er wollte mich zerstören. Aufpassen, ich kann ihn aber vielleicht zerstören jetzt. Ja. Oder er mich. Nö. Ja, oder er dich. Hast du noch? Schön. Ja, klar. Nochmal. Komm on, geh weg da. Ah. Wie der schon, wie der trotzdem wieder da ist. Wie kommt denn der so schnell? Ich hab ihn doch gerammt eigentlich gedacht. Hast du? Ja. Schön. Vorne. Ja, kommt gerade straight zurück. Ah, sorry. Warst du noch? Oder nicht? Ah. Ich achte, du hast den Ball. Und deswegen hab ich mich da. Da dachte ich, du hast den Ball nochmal irgendwie. Du gehst da nochmal rein. Oder bist früher drin. Und rein. Und dann fand ich da irgendwie blöd. Und hab einmal abgebremst. Und dann war er vorbei. Ah, Mann ey. Und übrigens, Leute. Ganz, ganz wichtig, ne? Hab ich vielleicht noch den Ball? Ah, warte. Hier. Ich versuche halt, die Aufnahmen immer ungeschnitten zu bringen, ja? Also möglichst so. Ich möchte echt wirken für euch. Ich möchte keine Compilations hochladen. Oder nur Montagen von den besten Szenen oder so. Ich glaube, viele von euch. Sorry. Sind da so ein bisschen zu, äh, verwöhnt von Content anderer Leute. Hm, da kann man nicht hin. Und irgendwie ist es halt so, dass viele von euch immer, immer denken so. Ja, äh, man darf halt keine Fehler machen. Ich meine, für uns erste, erste Runden hier, ja? Also erste Runde heute. Letzte Runde vor zwei Tagen. Allererste Runde, ja? Und da passieren halt nochmal Fehler. Euch auch, Leute. Das seht ihr vielleicht nicht immer so. Aber bei meinen, bei meinen Aufnahmen, wenn ich da mal einen Fehler mache, einen Ball nicht treffe richtig, sofort immer, boah, wie schlecht kann man eigentlich sein? Hat damit doch gar nichts zu tun, Leute. Nur wenn ich immer so verwöhnt sein vom Content anderer oder irgendwie sonst was. Und denken ja hier, äh, äh, Man darf bloß nicht, einen Ball nicht treffen oder so. Okay, come on. Oh Gott. Ich komme nicht dran. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Kann man jetzt nochmal Gas geben. Letzte Sekunden hier. Mitte? Da komme ich nicht dran. Doch. Mann. Ich habe beide gestört. Ich habe beide getötet hier. Beide habe ich getötet. Ich sage, ich komme nicht dran. Ich habe keinen Fuß. Ach, schade, ey. Also, wir verlieren ein Spiel, was aber vollkommen okay ist. Ich will halt nicht Compilations machen mit den geilsten Runden. Wir sehen uns gleich. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen im Zugzwang. Jetzt müssen wir die Runden auf jeden Fall mal gewinnen hier, um nicht schon mal zwei Losers zu haben hier am Anfang einer Session. Der Fußball ist mir gerade wichtiger als der Ball. Tut mir leid. Alles gut. Also, weil es hoch Rebound musste da, ist gar nicht. Alles gut. Aber alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin in der Mitte. Come on. Einmal rein da. Sorry. Hätte ich bekommen können, wenn ich den Aerial richtig hinbekommen hätte. Schau auf. Aber ist nicht. Alles weg. Hoffentlich für dich. Ja, ja. Habe ich gesehen. Habe ich gewusst. Oh, der ist schön. Komm mal für dich. Ach, schade, ey. Das war echt ein geiler Angriff gerade. Also, wir machen das schon in weiten Strecken echt nicht schlecht heute. Ja, deiner. Ich bin in der Mitte dann. Passt du ein bisschen vor. Wolle ich ihn nochmal kurz haben, oder? War kein Boost gehabt. Ja, ich bin auf dem Weg. Habe kein Boost. Oh, Mist. Ja, da klappt es leider dann hinten und so Stellungsspiele noch nicht ganz so geil. Wir machen vorne geile Aktionen, aber hinten eher pui gerade aktuell noch. Da müssen wir noch ein bisschen mal besser stehen oder so. Uns positionieren einfach. Dass wir da... Ja, komm. Der ist schön gewesen jetzt. Nochmal? Auf dich nochmal. Ah, ich konnte den selber reinmachen, weil ich keinen Boost hatte. Auf jeden Fall hast du noch irgendwie. Schön, hab eingerammt. Bitte schön. Ja, danke. Oh, normal, warte. Ja, schön. Na, kommst du hart. Oh Gott. Sorry. Ich dachte, du hast mich da halt gesehen, oder so. Ja, hab ich nicht gesehen. Weil du räumstens Autos zu klein. Boah ey, spannendes Spiel bis jetzt. Come on, jajajaja. Scheiße. Was hab ich noch? Schönes Ding. Oh ja, schönes Ding. Ich bin erstmal wieder hinten. Ich mach gerade wieder das defensivere Pädchen. Kommt. Ja. Wusste nicht, ob er von dir kommt oder ob er generell kommt. Deswegen war ich da so ein bisschen noch... Aber warte mal, der kommt gut jetzt gleich. Ja, wichtig ey. Double Rebound. Boah ey, ich wollte ihn auch schon selber reinmachen in den Ball. Aber irgendwie hat er ihn noch mal gehabt dann. Da, der schöne Bump auch noch da. Und dann auf einmal Glück hat er noch da. Super, dachte ich mir. Trade anyone? Was? Der ist gut. Aua, wird gerammt. Trotzdem den Boost vor ihm gesnackt. Der war auch gut rein hier. Nice one. Schön, 2, 1. So wird nämlich hier gespielt, Leute. Ja. Also worauf ich hinaus wollte eben, ist eben das. Bitte, Leute. Schreibt nicht immer sofort, wenn ich einmal einen Ball nicht treffe. So, oh, äh, boah. Aber du kannst überhaupt nichts oder so. Es ist halt immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, oh, da klingelt es gerade. Es ist super. Ich müsste eigentlich mal aufmachen gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Da bin ich schon wieder zurück. Da bin ich schon wieder zurück, Leute. Du hast noch kein Vorgefallen. Also es freut mich doch hier. Ja, die machen mir aber ganz schön hier Stress. Alles gut. Wo ist unser Tor eigentlich? Äh, wir sind Urang nicht, ne? Ja. Ich habe da keinen Plan dann, wenn wir frisch anfangen wieder. Und ich irgendwie, ja, ein Paket, Leute. Man kann das nicht immer abschätzen, wann die Pakete kommen und wann nicht. Deswegen, äh, ja. Ich warte ja auch noch auf Pakete. Meine kommen nun nie an. Irgendwie. Oh, den habe ich. Schönes Ding. Ach, schön. Da, frisch wieder da. Und der Dom legt mal wieder richtig los hier. Ja, ich mag diese Dinger. Ich mag das so gerne, die Bälle nochmal abzulegen für dich. Das ist so, als was ich einfach liebe. Hab ich nochmal? Schön. Ja, das meine ich halt. Dieses Ab... Oh, sorry. Oh, Gott. Ja, dieses Ablegen halt, ne? Da war mein Busschen. Dass du den Ball schön wieder mitnehmen kannst, so. Ja, da habe ich auch nicht gerechnet in dem Moment, ja. Ja, aber... Ja, okay. Verstehe ich. Aber... Wie gesagt, ich will doch kein Kommentarschreiber sein und schreiben, wie schlecht war das denn jetzt, aber hätte man schon... Aber... Aber wichtig war das denn, ey. Sorry. Aua. Einmal mit dir nochmal. Ich bin dann da. Kein Buss, aber ich versuch's. Na, sorry. Da habe ich nicht hinbekommen. Alles gut. Ja, ich komme auch nochmal mit. Aufpassen. Ja, Mann. Alles noch gut? Ja, jetzt auch nochmal schön. Ah. Ah. Uh. Es ist gerade kritisch hier. Komm hier nicht ran ohne Boost. Richtig. Aber hoffentlich. Super. Jetzt müssen wir hier wirklich mal... Schönes Ding. Ball nach vorne bringen, ja. Geil. Ja, super. Ding. Irgendwie bin ich wieder an die Wand gefallen. Ja, hat die noch. Nice, Mann. Schön. Kommt nochmal. Ich gehe hoch. Schön, ich bin... Habe ich nochmal. Und aus. Ah, Gott. Boah, dein Hinblick ist sehr optimistisch immer, ne? Ja, ich komme ja auch irgendwann nach vorne. Wir gewinnen. Und durch den Lose und Win eben... aktuell nur Champion 1, Liga 1. Das ist... Na, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau da rein. Job bei Neko vorbei. Bis dann. Matsu. Tschüssikowski. Tschüss. 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 Tschüssikowski. 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 Tschüssikowski.